In dem Video zeige ich euch die heutige Ufo Location im Halloween Event. Nach dem Intro geht es auch direkt sofort los. Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf dem Kanal und auch wieder heute habe ich die tägliche Ufo Location für euch. Und wir präsentieren sie auch heute am 18. Oktober 2023 und diese ist jetzt hier. Das ist das Ufo Nummer 7. Es wird nur einmal erscheinen. Also wie gesagt verpasst dieses Ufo auf keinen Fall. Es ist hier oben in Slane County, hier oben beim Grenzen der Neuverwüste, bei der Dartscheibe, geht hin und holt euch das Ufo. Denn dieses wird verpassbar sein. Verpasst dieses Ufo nicht. Es ist auch sehr sehr wichtig. Und wenn ihr das gemacht habt, das Ganze ist hier in etwa zu finden. Und ja, wenn ihr das halt geholt habt, dann gönnt euch die 15.000 Dollar und die 1.000 RP. Und dann, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Und ja, wenn ich das gefallen habe, dass ich euch das jeden Tag hier so aktiv zeige, dann lasst dem Video gerne ein Like da und dem Kanal ein Abo. Und dann bin ich erstmal raus und ciao. Und dann, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video. Und dann, ja, dann sehen wir uns im nächsten Video.